Hi, es geht schon wieder los. Kaum in Deutschland war ich bei Teddy. Diese Wolle, das ist so, 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 so T-Shirt, da habe ich letztes Jahr ein Körbchen von gehäkelt. Genau wie dieses. Mal gucken, ob ich ein Körbchen oder ob das zwei Körbchen wären. Dann die runtergesetzt, die musst du mit. Dann habe ich hier diese Wolle, da wollte ich mir Socken von stricken, ein paar, so für einen Bulli abends, richtig dicke. Dann habe ich diese Wolle mitgenommen und zweimal. Und da dachte ich, kann ich mir, wie heißen die, sag schnell, diese Häkel, diese Achteck, diese Oktagonjacke und dieses geile Rot. Da werde ich mir einen Pulli von stricken und ich habe neue Nähe bekommen. So, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen.